Tim geht da rauf, alles zu Ende ist, bin angeschwitzt und wollen mal sehen, was sie heute Abend machen. Ich hoffe nicht, dass sie sich hängen lassen. Das wäre ja unfair gegenüber anderen Klubs und das werden sie nicht machen. Ich habe das Gefühl, dass gewinnen sie das Ding, aber wie gesagt, das Ding haben sie jetzt versaut gehabt gegen Paderborn, da kann man nichts zu sagen. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt verdaut und ich habe mich auch mit allen wieder abgefunden, wie wir das jahrelang schon machen. Aber wie gesagt, wir müssen sehen. Ich hoffe, dass die obere Etage ruhig bleibt und es wird mit weitergearbeitet. Andere Sachen will ich nicht sehen, aber wie gesagt, da wird ja schon wieder unsachlich rumgepöbelt. Da können wir ja nichts mehr machen, alles gut. So ist er. Alles okay, nur der HSV. Aber wie gesagt, heute Abend wollen wir gucken, was da los ist. Alles klar. Tschüssi. Vorne anschwitzen auf dem Volkswerk. Tschüssi.